hallo leute heute wieder ein neues tutorial ich zeige euch heute wie ihr bei einem macbook pro 15 zoll den automatischen wechsel der grafikmodi deaktivieren könnte als beispiel in meinem fall der amd grafikkarte und der intel hd grafik wir gehen zunächst auf systemeinstellungen hier unten im dock oder hier oben einmal auf ab für systemeinstellung geht auf energie sparen dann sehen wir hier oben genau das was uns anspricht der computer wechselt automatisch zwischen den grafikmodi um eine längere batterie aufzeite zu ermöglichen um dies natürlich d zu deaktivieren dass er nicht umschaltet macht man einfach nur den haken raus automatisch sieht man natürlich ist klar was deaktiviert ist wird immer der grafikprozessor verwendet in dem fall die amd grafikkarte von vier gigabyte genau bei fragen einfach unten in die kommentare und für einen daumen hoch würde ich mich auch freuen dankeschön